hallo ihr lieben herzlichen willkommen zu mami's live time ich habe mich jetzt ein bisschen mal zurückgezogen um euch ein video zu machen indem ich euch einen guten start ins neue jahr und unser 2022 endet ja in ein paar stunden und es war ein ereignisreiches jahr mit höhen und tiefen wie eigentlich jedes jahr und ich hoffe meine videos haben euch gefallen und es kommen natürlich auch im neuen jahr wieder weitere videos mal schauen in welche richtung dass es gehen wird aber wahrscheinlich von allem ein wenig und ja dann hätte ich gesagt lasst es krachen viel spaß